Musik 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 Eine Wahl nicht so verkrampft sehen, sondern die genießen Ja, das wäre so mein Tipp Ganz wichtig ist finde ich bei einer Miss, dass sie weiß was sie möchte, dass sie sich selber ausdrücken kann, weiß was sie will, das finde ich ganz wichtig Ja, also ich werde jetzt natürlich das Jahr als Miss Germany in Folgezügen genießen bis nächstes Jahr Februar, dann ist sie Langewahl und danach möchte ich dann studieren. Das steht für mich schon ganz lange fest, möchte Handelsmanagement oder BWL, sowas in die Richtung studieren und ganz wichtig ist mir dabei, dass ich dabei in Leipzig bleibe Musik Musik Musik